Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4575 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe mich heute besonders schick gemacht. Wir treffen wichtige Geschäftsfreunde meines Mannes. Ich habe mich heute besonders schick gemacht. Mit der App sehe ich, dass mein Auto wieder zu 100% aufgeladen ist. Mit der App sehe ich, dass mein Auto wieder zu 100% aufgeladen ist. Hier gibt es nicht nur Brötchen, sondern auch das beste Baguette der Stadt. Gefallen dir meine neuen Sneaker? Ich habe sie gestern in der Stadt gekauft. Gefallen dir meine neuen Sneaker? Ich habe sie gestern in der Stadt gekauft. Ich habe sie gestern in der Stadt gekauft. Ich werde ganz verlegen, wenn du so etwas sagst. Es war doch ganz natürlich, wie ich reagiert habe. Ich werde ganz verlegen, wenn du so etwas sagst. Es war doch ganz natürlich, wie ich reagiert habe. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten mit Eltern und anderem Personal zusammen. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten mit Eltern und anderem Personal zusammen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.